Oh, boah, was ein Schwenk, ey. Oh, da sind wir. Und es ist Tag Nummer... So rasant in Szene gesetzt, ne? Unfassbar. Wir stehen und sitzen eigentlich den ganzen Tag nur rum. Ja, so ist das. Tag Nummer drei, drei haben wir? Vier? Vier, Tag Nummer vier. Komm schon nicht mehr mit. Tag Nummer drei hier im schönen Zillertal. Grüß euch, Freundinnen und Freunde. Auch heute holen wir euch einmal ab. Wir lassen den Werder-Tag so ein bisschen Revue passieren und schauen voraus. Genau, die ersten Testspiele, morgen das Blitzturnier, wirft seine Schatten voraus. Und Carsten, personell, gibt es da ein bisschen was zu berichten? Ja, könnte ein bisschen interessant werden. So Niklas Füllkrug, erster Auftritt im Werder-Trikot steht an. Es wird allerdings nur ein Teilzeit-Auftritt. Florian Kohfeldt hat eben schon gesagt, der Junge, der muss noch ein bisschen langsam rangeführt werden nach der Verletzungspause in der vergangenen Saison. Belastungsgewöhnung, Belastungssteuerung, du kennst das, gell? Individuelle Belastungssteuerung, ein so geiles Wort. Ja, genau. Der wird also maximal eine Halbzeit spielen und das wahrscheinlich dann gegen den… Karlsruhe SC? Nee! Swarovski? Ja, Swarovski, genau. Gegen die Edelsteiner, also gegen die WSG Swarovski Tirol. Da soll die erste Besetzung das Bundesligateam spielen und im zweiten Spiel gegen den KSC dann mehr so der Nachwuchs. Bisschen aufgefüllt noch mit vielleicht dem einen oder anderen etablierten Profi. Aber so ungefähr wird die Aufteilung sein. Also wie gesagt, Füllkrug, nur ein bisschen. Da kommt jetzt echt der Rasenmäher. Da kommt jetzt echt der Rasenmäher. Wir müssen so weiter, ich glaub ja wohl. Ja, hier, komm. Ja, hier. Ja. So. Fein machst du das, ja. Der kann das, der Mann kann das, ja. Einer der besten Greenkeeper der Bundesliga wird er geschimpft, der Breuhing. So, was ist mit Pizza bei den Blitzturnieren? Pizza wird gar nicht spielen. Er wird gar nicht spielen. Nein, das hat der Florian Kohfeldt direkt gesagt. Also der hat ja kaum noch gegen den Ball getreten bisher. Er hat ja nur im Grunde ein bisschen Bewegungstraining gemacht, um sich wieder so ein bisschen aufzulockern nach dem Urlaub. Also der wird noch nicht spielen. Das wäre Unsinn, hat Kohfeldt gesagt. Und auch für Bartels gilt wie für Füllkrug ja jetzt nicht einfach reinjagen in die Vollbelastung. Auch nur eine Halbzeit wahrscheinlich. Eine Halbzeit heißt in diesem Fall 25 Minuten. Die Testspiele werden über zweimal 25 Minuten absolviert. Also das ist alles noch sehr, sehr Suche für die, die noch nicht so weit sind. Aber für die anderen gilt morgen schon gegen Tirol. Da muss schon ein bisschen was kommen. Da sagt Kohfeldt auch, da geht es auch ein bisschen ums Ergebnis und nicht nur ums Abrufen von Trainingsinhalten. Bartels greife ich nochmal auf. Wir hatten die Gelegenheit heute Mittag auch mit Bartels zu sprechen. Was hat er gesagt? Ja, also erstmal ein sehr aufgeräumter Finn Bartels. Das muss man schon sagen. Der Junge kommt jetzt aus einer Verletzungspause von, muss ich nochmal kurz nachreden, in 19 Monaten, glaube ich. Das ist verdammt lang. Hat zweimal kurz gespielt. Aber das zählt ja kaum. Diese 20 Minuten oder so, die er insgesamt gespielt hat. Bis ein Muskelfaserriss wieder außer Gefecht gesetzt hat. Also jetzt nach Achillessehnenriss und diversen kleinen Folgeverletzungen ist er wieder da. Will wieder angreifen und sagt, am Ende der Vorbereitung will ich voll da sein. Das heißt also, der piercht sich nicht an oder so. Der will wieder voll mitwirken. Weiß allerdings auch der SV Werder, in dem er jetzt spielt, das ist nicht mehr der SV Werder, in dem er gespielt hat, als er sich verletzt hat. Da ist ordentlich was passiert in der Offensive vor allen Dingen. Da sind neue Spieler dazugekommen, da muss er um seinen Platz kämpfen. Aber das finde ich echt erfrischend an Finn Bartels. Er ist ja manchmal so ein bisschen, er ist ja eher unaufgeregt und man kann ja fast schon sagen manchmal dröge, so ein Norddeutsch dröge. Aber er sagt einfach, das ist jetzt genauso wie damals, als ich gekommen bin zu Werder, da war ich der Herausforderer. Da hat auch keiner was von mir erwartet und genau so nimmt er das jetzt wieder an. Mit 32 Jahren eine bemerkenswerte Einstellung. Also der sagt nicht, hier bin ich wieder, jetzt muss ich spielen, sondern er sagt, ich kämpfe, ich greife an. Cool eigentlich. Cool eigentlich. 10.30 Uhr versammelte Kohfeldt die Jungs zu einer ersten Trainingseinheit und es wurden Standards trainierend. Das am Nachmittag. Am Nachmittag stimmt, am Vormittag war ein Testspiel, äh nicht Testspiel, wie nennt man das? Ein Elf gegen Elf Trainingsspiel. Ein Elf gegen, ein Trainingsspiel, sag's doch, ein Trainingsspiel, Elf gegen Elf. Und wir haben ein paar Bilder mal eingefangen, wie Kohfeldt da auf dem Platz agiert hat. Komm, komm, jetzt werden wir da drauf! Ja! Ja! Trainer on fire. Kohfeldt on fire. Wie man ihn manchmal kennt, gerade bei diesen Trainingsspielen. Wäre aber auch schlimm im Trainingslager. Er unterbricht immer wieder, sortiert seine Jungs immer wieder neue, gibt immer wieder neue Anweisungen, wie er es gerne hätte. Man hört immer wieder, stopp, stopp! So, und am Nachmittag dann Standards, Eckbälle. Da war der Leise. Da war der Leise. Da hatte ein anderer das Kommando. Sein Co. Hat übernommen. Genau. Ilja Grujev hat das erste Mal so ein Standardtraining geleitet. Blaue Kladde in der Hand hat er nie reingeguckt. Er hat aber die ganze Zeit dabei gehabt. Schwarze Schirmütze auf dem Kopf. So hat er es halt gemacht. Für alle, die Kladde übrigens nicht kennen, so wie ich, ist es ein Klemmbrett. So, red mal. So hat er die Jungs dirigiert, zehn bis zwölf Spieler, jeweils Freistoßvarianten und Eckballvarianten ohne Gegenspieler. Eigentlich nochmal ein bisschen Grundlagen. Wo laufe ich hin? Wo soll ich stehen? Wo kommt der Ball hin? Und so weiter. Hat er mit den Jungs gemacht. Hat sie auch nochmal ins Zipfelzelt, ins Taktikzelt gerufen für ein paar Minuten. Hat das Ganze nochmal per Video veranschaulicht. Und das war eigentlich schon der Trainingstag heute. So, jetzt wollen wir aber unsere Zuschauer noch kurz abholen. Wie sind wir hier? Das ist, ja, das ist das Trainingsgelände. Das sind perfekte Bedingungen, wie immer wieder betont wird. Das ist der Trainingsplatz, der Haupttrainingsplatz. Es gibt noch nebenan einen kleinen Trainingsplatz. Es gibt eine Tribüne, wie man da oben sieht. Wie viele Zuschauer passen drauf, Carsten? Ein paar hundert werden. Und sie ist aber bei den Trainingsspielen oder überhaupt beim Training immer, man kann sagen, zu drei Vierteln gefüllt. Ich bin mir sicher, morgen beim Blitzturnier wird es hier rappelvoll sein rund um den Trainingsplatz. Es ist eine wunderschöne Kulisse. Ist das schön, um auch das nochmal zu erwähnen. Ich wollte das nicht von mir hören. Ja, ich weiß. Damit gehen wir zurück in die Deichstube. Freundinnen und Freunde, bleibt uns treu. Morgen sind wir wieder für euch da. Ciao, ciao. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. 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 Tschüss.